und einen wunderschönen guten morgen wünsche ich euch zu einer runde minecraft ich bin endlich wieder aus dem urlaub schön gebräunt zurück und es kann nicht so einfach wieder aufzunehmen bitte verzeiht mir falls ich irgendwelche oder sonstiges drin haben sollte aber ich hoffe es wird nicht vorkommen und es hat ewig gedauert bis ich jetzt endlich dazu kam eine runde aufzunehmen deswegen war das heute auch ein bisschen später und ich habe elend viel zu erzählen wegen aufnahmeplan und ich hoffe die runde geht gleich los aber ich glaube ja es ist soweit und wir spielen eine runde farmland habe ich ganz vergessen zu erzählen schön dass ich jetzt auch mal losgeworden bin nämlich ich bin aus dem urlaub zurückgekommen muss natürlich erstmal auspacken und so weiter und so fort und ich sammle gerade mal ein bisschen bronze und dann habe ich windows 10 installiert weil einfach cool und ich das unbedingt haben wollte und es hat circa einfach zwei stunden gedauert ich weiß nicht warum und dann muss ich mich damit erst mal zurecht finden und irgendwie hat sich windows 10 dann gedacht ne also java das möchte ich bitte nicht mit der guten nvidia grafikkarte ausführen sondern mit der eingebauten intel grafikkarte so dass ich drei fps hatte ja gut drei 30 fps hatte und das ging mir so auf die eier und ich konnte es wirklich kaum ändern okay du gehst weg du stinkst so das war jetzt nicht so ganz so viel weg was ich hier gebaut habe aber seht mir nach ich bin ein bisschen aus der übung so und dann hat es erst mal gedauert bis ich meine gtx grafikkarte verwenden konnte und ich hoffe jetzt läuft alles und auch der sound und bis die ganzen sachen erkannt wurden und so weiter und so fort das hat ewigkeiten gedauert so dich haben wir ey da ist ein sturmwaffel scheiß sturmwaffel kann ich schon wieder kotzen und auch die ganzen sachen und zwei beinahe drei wochen kein minecraft gespielt verzeiht mir bitte wenn ich jetzt ein bisschen schlechter spiel die runde wird eh nix aber ich wollte die ganzen sachen mal loswerden so und zwar ist es jetzt so die videos kommen wie immer um 13 uhr und zwar wird das jetzt so laufen dass täglich minecraft kommt allerdings die projekte portal 2 und anti chamber nebenbei noch fortgesetzt werden dass ich versuche zumindest jetzt so lange ich noch ferien habe drei videos pro tag zu bringen okay ich nehme alles zurück ja nehme ich gerne hin dass die sich da so tot kloppen okay auf jeden fall die ferien wird auf jeden fall noch portal 2 und anti chamber fortgesetzt also komplett durchgezogen bis es halt fertig ist allerdings mit zwei videos am tag weil ich halt ein bisschen mehr zeit habe falls nicht seht es mir nach ist ich bin halt auch nur ein mensch ne und zwar freue ich mich auf jeden fall dass ein paar abonnenten dazu gekommen natürlich ein paar weggefallen während ich im urlaub war trotz dass ich nur zwei videos gebracht habe aber das kam alles sehr gut an also die wiedergabe zeit war bombig habe ich mir gedacht leute ihr habt zugenommen aber auf jeden fall cool na du ich möchte nicht von zwei geschlagen werden okay einer jetzt kommt der sturmwaffel hier an jetzt viel zu viel los aber ich lebe immer noch staunlich wie ich das mache wie viel habe ich jetzt geklatscht bestimmt ein paar okay das ist gegen wieder viel zu viel los okay wir machen jetzt mal eine ganz andere taktik ich rüste mich jetzt einfach mal ein bisschen aus unser team ist aber auf jeden fall ganz gut so wie ich das mitbekommen habe er baut auf jeden fall ein bisschen base der andere geht ein bisschen offensiver rein sehr schön so was mag man gerne gaming jack lp wer auch immer das ist heil schön dass du meiner freundesliste bist geil das ist immer lustig wenn man irgendwie nach zwei wochen wieder minecraft spielt und dann haben sich die ganzen leute umgenannt und man weiß zu verrecken nicht wer jetzt wer ist naja machen wir weiter vielleicht soll ich die brustblatt auch anziehen wäre wäre so eine variante könnte man machen wichser ich habe ich gesehen so er gedacht hat er so eskalt gedacht ich ging mich jetzt mal von hinten an aber nicht mit mir meine freunde nicht mit mir so wir machen das jetzt nämlich mal ganz einfach umgekehrt mein freund was hältst du davon wollen das war umgekehrt machen komm wir machen das mal umgekehrt so hey geht es euch gut ja schaffe ich nicht schaffe ich nicht schaffe ich nicht keine chance wir müssen von hinten aufpassen wir müssen echt höllisch von hinten aufpassen okay er weiß es die frage ist ob es der andere weiß ich hoffe es einfach mal dass der auch ein bisschen da ein auge drauf hat er hat ja einen bogen und bogen ist eigentlich meistens ein ganz gutes zeichen ganz ruhig johannes ganz ruhig wenn die aufnahme nix wird ist auch nicht schlimm jetzt trotzdem hoch okay kann man ein bisschen mut gemacht jetzt könnte es rein theoretisch weitergehen ich bin auch viel viel langsamer geworden im hotkin und meine maus kommt mir so schnell vor ich bin mir ziemlich sicher ich gewöhne mich wieder daran so ein paar blöckchen okay gucken wir mal ob hier hinten aha wusste ich doch was wird das denn eigentlich kollege hier man sollte schon noch durchkommen okay ihr glaubt euch glaube ich ihn runter komm 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 wunderbar sehr schön soweit so wenn wir jetzt schlau sind bauen wir zumindest hier den weg schon mal ab springen dann von oben auf den anderen weg drauf okay dich habe ich runter das ist die hauptsache hat er gedacht komm da von hinten an aber nicht mit mir meine freundin nicht mit mir wir sind auch nur noch zwei spieler das finde ich nicht ganz so geil um das mal so zu sagen nicht nicht sonderlich geil aber was ist in der mittel so los nix okay immer mal dahin wie gold ist hier ach gar nix cool okay ja appreciate it na du roter hi ich glaube nicht mit den roten okay wie machen wir das jetzt am blödesten das ist eine ziemlich blöde lage ich will eigentlich nur die leute totglauben mir geht es eigentlich nicht darum hier irgendwas zu gewinnen wer das noch nicht mitbekommen haben sollte ähm hi nicht so geil macht ihr mal bitte platt hier dankeschön gut wir sollten definitiv an unserer base arbeiten sollten wir wirklich mal machen rot kommt auch gerade keiner die werden auch gerade von gelb bedrängt so wie ich das richtig gesehen habe ist natürlich blöd wir sind jetzt halt ein team was nur ein mitspieler hat also ich habe ein mitspieler ihr wisst schon was ich meine so eine spitzhacke eine rüstung hat er da was hingedroppt ne war eine bronze schade schnuckelade habe ich da was aus dem augenwinkel gesehen ne ok gut ähm ein paar helme also was heißt paar helme paar rüstungsteile so jetzt noch ein paar blöckchen hinterher dann sind wir eigentlich schon wieder gut to go hab dich gesehen bixer der hat den knockback unglaublich hu so eieiei so jetzt mal weiter gucken hier da ist ein grüner der will hier auch gerade kommen der haut doch ganz gut rein der haut verdammt gut rein ok sehr schön sehr sehr schön soweit so gut ok eisen haben wir auch wieder jetzt dürfte möglicherweise kein roter kommen das wäre sehr schön würde ich zu schätzen wissen wenn ich denn mal hier das eisen rein bekommen würde so jetzt eine kleine rüstung dazu und noch einen brustpanzer und dann ziehen wir uns das ganze mal an und dann können wir im prinzip schon verteidigen kommt da jemand aha wusste ich es doch ist jetzt natürlich ein bisschen blöd wenn der sich jetzt von oben rein gräbt hi ok puh ganz schön knappes ding ok jetzt ein paar blöcke machen ganz schnell ganz schnell ganz schnell ein paar blöcke machen oh Alter warum werden wir denn eigentlich so deftig gefokust gefällt mir gar nicht so na du ich pass hier mal auf ok machen wir es doch so glaubst du ich seh dich nicht oder mach halt na du hi ahhh Schweinepriester sag ich dir Schweinepriester und du willst du machen willst du mich mit dem knockback stick hier runter kloppen oh shit ich hab ja kaum noch leben mhm das hätte ich bedenken sollen wäre so eine möglichkeit gewesen ehhh hi na x julian hd na komm her na komm her was war das denn ich bin gleich tot ok er ist tot so jetzt ganz dringend mal ein bisschen was zu essen machen ihr merkt schon ich bin hier leicht hysterisch ich werde beschossen gar nicht so gut könnte man meinen nein 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 ist tatsächlich gar nicht so gut pfff hi oh alter wisst ihr wie mir das grad auf die Eier geht das ist ganz schön anstrengend mein commentary leidet bestimmt auch nur so ganz minimal da drunter so minimal aber immerhin haben wir jetzt wieder ein bisschen Leben das ist noch gut ausgerüstet ok ok hier kommt grad keiner wo sind halt auch noch drei Leute ne so ein kleines Problem schon was wir haben hi gut wir könnten jetzt zu ihnen gehen aber ok der andere kommt wieder an denken so kriegen sie mich aber ja nicht mit mir meine Freunde ich kann es nur wiederholen nicht mit mir ok er steckt sich von oben hoch soll er mal machen hab ich kein Problem mit zwei sind natürlich mies aber momentan bin ich noch in der guten Situation er steckt sich hinten rum ok ok da kommt mein mate gut 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 der rote ist da nicht gut hast du gedacht ok jetzt der andere da was willst du machen soo ok 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 ich denk ah ne der hat einen Bogen so ein Crap so ein Crap warum hat der Bogen hm iiih geh weg mit dem Bogen soo das war jetzt komplett falsch geschrieben aber ist egal ich hatte grad so ein bisschen Panik ähm wer ist denn das Menschenskinners wer schießt denn hier auf Papi Okay, ach das ist der rote Ach so, okay Und so ein grüner Mensch, geil Finde ich ja echt toll So ein bisschen leben wir halt Ganz, ganz gute Idee, ne Grün wird das Ding wahrscheinlich eher machen Weil rot ist ein bisschen zu schwach Aufgestellt Ein bisschen halt, ne So, naja, das schon mal weg Dieser Weg, dass wir den halt nicht früher gesehen haben Mensch, und dass unser Teammate gelieft ist So ein Crap So ein Crap, ah Okay, jetzt kommt er Hoch, 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 hoch Die Runde gefällt mir Überhaupt nicht, ich sag's ganz offen Ach, hi Bist du der mit dem Bogen? Ich hoff's mal nicht Yo Warum hat er fahrt? Dankeschön War das unser Mate? Ne, oder? Kann doch gar nicht Ne Ich glaub, das war grün Ja Hab ich, hab ich nix dagegen Dagegen allerdings Okay, safe, safe, safe Sehr schön Müssen wir nur auf rot aufpassen Äh, crap Das macht rot Okay, rot hat sich ein bisschen zurückgezogen Die sind halt auch nur noch zwei Eine Kiste wollte ich kaufen, genau Einer von gelb ist tot Aha Das ist halt auch noch keiner rausgeflogen, ne Das macht die Sache natürlich nicht gerade einfacher Um das mal so auszudrücken Wer lebt denn da noch Hat einer von den Bogen? Ich glaube nicht Die sind ein bisschen schlechter aufgestellt als wir Allerdings Wenn ich jetzt bei denen sterbe Gebe ich natürlich meine gute Position auf Da hinten bettelt sich grün bei gelb Er hat ne Angel Angel sollte ich mir auch mal machen Angel ist ne gute Idee Weißt du was? Ich mach mir jetzt mal ne Angel Kann ich zwar überhaupt nicht mit umgehen Aber ich mach mir mal ne Angel Das dürfte hier aber special sein Da war sie doch Fünf Ach das geht ja So Und dann kommt das da hin Und Kommt der rote? Äh Ne Gut Gut, 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 gut Unser blau hat einen getötet Ich hoffe er hat jetzt Gold Schreib ihm einfach mal Ich weiß dass er es wahrscheinlich nicht liest Aber Sicher ist sicher Ah Er geht hin Gut er hat es gelesen Ähm Brauche er aber wahrscheinlich nicht Der rote ist auch schon wieder gut ausgerüstet Und er hat nen Bogen Crap Ah Was machen wir denn da? Was machen wir denn da am dümmsten? Ich bin grad so ein bisschen ratlos Einfach weil ich auch schon wieder Total aus diesen Bad Ross Dings raus bin Aber Ich bin komplett durchgeschweißt Es ist viel zu heiß hier drin Wirklich Viel zu heiß Okay Er erwartet jetzt nicht von mir Dass ich irgendwie so einen Masterplan hab Oder so ne Den hab ich nicht Ähm Wir tun könnten Wäre so eine Variante Bauen einfach mal Le Weg Little bit sicherer Mein Touchpad an Ne gut Ich dachte schon weil sich mein immer auch so komisch bewegt hat Ähm Und bin auch ein bisschen müde Wer das noch nicht mitbekommen hat Also so ganz Ganz bisschen viel Okay er hat nen Bogen Gut 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 Von hinten rot Rot So Ähm 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 Wo ist er denn? Wo ist er denn der Schnuggi? Da hinten steht er Hat er es mitbekommen? Ne Hat er natürlich nicht Es wäre ja mal geil Wenn er jetzt mit seinem Bogen kommen würde Und ihn mal runterhauen würde Aber ne Obwohl Warte ich hab die Angel Reicht Wie weit reicht die? Oh die Die ist gut Die ist gut Ist verdammt gut Oh Ganz neue Idee hier Mensch Mensch Zeigen sie ihm mal noch nicht Hoffentlich hat er sie noch nicht Gesehen Ein blauer steht in Position Kriegt den roten aber noch nicht mit Sind zwei rote Okay 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 Das ist was neues Heiliger Bim Bam ist nun offline Wer zum Henker ist denn heiliger Bim Bam? Okay okay Er hat es mitbekommen Sehr schön Ich guck mal vorne Ob grün nicht zufällig am Stüssel ist Ne sind sie nicht Sehr schön Okay sie sind beide runter Ich geh mal hin Team grün Oh 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 Das ist gut Das ist verdammt gut Ähm Ähm Bleib Du Base Ähm Das wollte ich nicht schreiben Tut mir leid Als ich das Doch getan habe So jetzt Sieht das gar nicht so schlecht aus Jetzt dürfen wir nur hoffen Das grün nicht so gut Das grün nicht so gut das Equip hat Und rot sich jetzt schön von mir wegschnetzeln lässt Der eine steht schon mal perfekt da Der eine steht schon mal perfekt da Gut 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 Der andere kommt zurück Du hast Eisen Das willst du natürlich nicht verlieren Ähm Okay Der eine steht wirklich nur da Ich glaube er ist afk Der andere kommt gerade zurück mit Eisen Traut sich aber natürlich Blöderweise für ihn nicht Scheiß war's Okay Er lebt wieder Gut Er geht zu uns Rot Jetzt nicht runterfallen Okay Okay Er hat ihn Jetzt lebt es nur noch Drecksack Ähm Ähm Ich müsste Irgendwie mal einbauen Das wäre so eine Variante Hier Er hat sich ausgelockt Oh scheiße Oh crap Mein Schwert ist natürlich auch bald kaputt So Bett hab ich Gut 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 So du bist tot Ich bin der einzige Oh scheiße Gegen die beiden Grünen Das ist natürlich Ah das ist mies Ging jetzt aber verdammt schnell Hier die Runde Ist das Der Grüne Ich bin gerade Ein bisschen In einer misslichen Lage Ah fuck Er hat auch noch einen Bogen Hm Das gefällt mir mal so Überhaupt nicht Also angemerkt Scheiße Der andere hätte mal ein bisschen Besser auf die Base aufpassen müssen Wäre so eine Idee gewesen Okay Zu dem Bitte schieff mich nicht Mit dem Bogen runter Bitte tu es nicht Den möchte ich noch bekommen Bitte 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 Das wäre so eine ganz geile Sache Ich den noch bekommen würde Nein Oh Nein Doch Oh Ach scheiße Ärgert mich Naja egal War eine gute Runde Können wir nichts machen Haben sie sich einen GG verdient War auf jeden Fall Ziemlich cool Ging 18 Minuten War schnuckelig Vielleicht ein bisschen größer Die Runde Aber ich hoffe natürlich Ich konnte euch ein bisschen informieren Es war die erste Runde wieder Wenn es euch gefallen hat Gebt ihm gerne Ganzen doch gerne einen Like Und dann sehen wir uns Morgen wieder bei Einer Runde Portal 2 Anti-Chamber Oder Minecraft Was heißt und oder Und Minecraft Und Yo Ciao Haut rein Ciao